Meerschweinchenfarm.at Ich muss euch unbedingt noch mal teilhaben lassen. Jetzt kriegen meine Meerschweinchen natürlich. Der Walde Friseur und Kosmetikstudio ist abgerüstet worden. Das wird jetzt neu gemacht. Das ist eine Sitzbank, wo es unten praktisch stand. So, Achtung Fokuhila. Wo es praktisch ein Häuschen haben. Da können sie ihn dann auch schlafen drinnen. Damit jeder seinen Platz und seinen Raum hat. Ja, und ich finde es einfach immer wieder spannend, wie neugierig die Tiere sind. Es ist unglaublich. Und wenn man es so in Freiheit sehen kann. So, wo seid ihr? Sonst habt ihr zu viel Freiheit. Wo seid ihr? Es ist einfach ein Traum. Ja, wer mich ja gerne mal besuchen kommen mag. Bitte nur nette Leute. Dankeschön. Der ist herzlich eingeladen. Also dann, tschüss von dem Meerschweinchenfarm.at Wieck, wieck! Bin mir, dass du das Beste. Ich bin mir sicher. Ich bin mir da.